Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinos, Dinos is Survival. Ja, das war ein guter Start in die neue Folge. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Labor und finden nur Eier. Ja, schön. Und eine Knarre. Toll, aber ich will keine Waffe, ich will das Labor. Okay, das war auf jeden Fall eine Sackgasse. Schön. Schön. Warum auch nicht? Wir müssen doch wieder in diese Stadt zurück. Mal schauen, ob wir über die Berge da hinkommen. Ich hoffe es. Hä, 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 hä. Ne. Hier schon nochmal nicht. Schön vorsichtig, nicht runterfallen. Achso, was haben wir jetzt eigentlich alles? Pumpgun, Revolver, MP, eine AK, irgendeine Handfeuerwaffe, Sturmgewehr. Jetzt, ob ich mir das merken kann, auf welcher Taste die sind. Oh, zwei Nester. Drei Nester? Ja, das bringt uns alles nichts. Die Eier müssen auch Hunger auffüllen. Das wäre besser. So, und jetzt komme ich hier runter. Ne, toll. Oh, es tut mir leid, das musste mal ganz kurz sein. Denn die Maus war schon wieder rausgetappt. Und hätte fast Mumble gestartet. Das soll sie nun nicht gerade machen. So, der Dicke müsste uns in Ruhe lassen. Ja, sehr schön. Also zurück in die Stadt. Ich war froh, dass ich da raus war. Jetzt muss ich wieder zurück. Komm, den versuchen wir jetzt einfach mal aus dem Weg zu gehen. Ich habe sowieso kaum Leben. Ich müsste eigentlich mal ein Lagerfeuer errichten, damit ich wenigstens wieder einen Save-Punkt habe. Hier kommen wieder so eine Viecher an. Hier, komm, hau mal ab. Du da bitte genauso, hau ab. Du da hinten bitte auch. Nein, nein! Warum? Hallo, wieso spinnt das jetzt so rum? Gut, ich mache einen kurzen Cut und es geht gleich weiter. So, da sind wir wieder zurück. Ja, wieder in der schönen, hässlichen, dreckigen Stadt. Ähm, ja. Wir müssen uns die Waffen neu besorgen. So, was ich scheiße finde. Aber gut, so ist das Spiel. Und wir hatten, glaube ich, bloß Revolver-Munition und... ...ein Sturmgewehr, so wie... Ähm, was haben wir noch gefunden gehabt? Ähm, ähm, ähm... Na, hier so eine Handfeuerwaffe. Eine Pistole. Ich weiß noch ungefähr, wo die waren. Da werden wir jetzt einfach mal hinrushen. Gucken, ob wir das in der Folge noch schaffen. Und ich habe mit Absicht jetzt auch die Pumpgun ausgewählt, denn... ...kommt mir jetzt ein viel entgegen, wird es erschossen. So, hier war die Handfeuerwaffe. Bei dem Auto war nichts, soweit ich weiß. Nee. Da waren nur Raptoren, also kommen wir einmal hier hoch. Die Frage ist, jetzt brauche ich eigentlich... ...das Sturmgewehr, oder brauche ich das nicht? Ich denke mal, ich werde das noch oft genug finden. Aber da hinten gab es Eier und Fleisch und alles. Was ich gerne hätte. So, bei dem gab es gar nichts. Das weiß ich. Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann einen Sniper finde. So, da waren ja die Raptoren. Und da hinten sind schon die Gebäude, wo es die AK... ...dacht nicht die AK das Sturmgewehr gab. Die AK haben wir ja schon. Mit fünf Magazin, toi toi toi. So, machen wir das jetzt hier. Einmal Fleisch. Komm, farme. Zweimal Fleisch. Dreimal Fleisch. Äh... Wir nehmen die hier. Für die Raptoren. Dann gibt's nochmal Eier, die nehmen wir noch mit. Das wird gut. Äh... Irgendwo stampft der Dicke rum. Da hinten. Gut. Okay. So geht's auch. Einmal ruckzucken. Down das Biest. Ey, ganz ehrlich. Da holen wir uns den jetzt auch so. Das ist mir scheißegal. So. Revolver-Munition. Einmal Fleisch. Und hier hinten lag die Waffe rum. So. Die Eier... Ne, wir sind voll. Das heißt, da oben die drei Nester und das Nest brauchen wir auch nicht looten. Jo, dann rennen wir jetzt zurück. Beziehungsweise erst mein kleines Lagerfeuer machen. So, da haben wir auch gleich mit abgespeichert. Ja, wir wissen ja wo's hingeht. In die Stadt. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Labor. Die Idioten hätten uns echt ne Map mitgeben können. Nö, die beiden lieber unsere Waffen ein. Wow. So, der ist down. Der ist down. Wir holen uns jetzt einfach mal das Fleisch. So. Scheiß drauf. Wir brauchen das Fleisch. Scheiß auf die Munition. Wir haben immer noch 38 Schuss. Das gleiche machen wir auch gleich mit den Kalimimus. Das gleiche machen wir. So einfach geht das. So, dann können die uns auch nicht mehr umrennen. Und unser Fleisch ist so gut wie voll. Ich habe gar nicht gesehen, dass dort ein Baum in der Lack mit einer Knarre. Sehr interessant. Ja. Ich höre schon wieder Raptor an. Wir müssen wieder in die Stadt. Ja, da unten waren die Raptoren. Und da stampft der Stego rum. So, aber ob wir das Labor noch finden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis dahin. Bis dann, bis dann. Bis dann. Bis dann. Dann, somebody, never